Hallihallo, die Plastikbomber sind zurück bei HyperCharge Unboxed. Wir sind wieder in großer Runde dabei. Es sind mit am Start die Manari aka Kim. Hallo. Ahoi in die Runde. Ja, Olli aka Spielsatz Fail ist auch wieder mit am Start. Boom, boom, badaboom. Hallo. Mit neuem Avatar, wie ich sehe. Ja, ich bin jetzt JudgeDread. Plastik JudgeDread. In blau. JudgeDread in blau. Genau, ja. Und last but not least, wir haben noch Ryuken. Hallo Alex. Ahoi Brause, oder? Hi. Das passt ins Jahrhundert auf jeden Fall, in dem wir uns befinden. War leckeres Zeug. Haben für den heutigen Tag, nee, Waldmeister ist eklig. Noch eine Karte, nämlich, was war denn das? Ich guck mal kurz bei mir. Große Ärger im kleinen Flur. Ja, und ich würde sagen, wir gucken da mal rein, was da für Ärger auf uns wartet. Es geht los. Ja. Wir haben... Oh, ich sehe da eine Karte, damit wir nicht so viel klettern. Oh, ich sehe schon ein Collectible. Den grünen habe ich gefunden. Ah, ich sehe es auch, ja. 200 habe ich. Was pflanze ich denn hier? Schockwellen geschützt kostet 300. Geht schon mal nicht. Oh, hier ist wieder Jurassic Park. Was ist denn der höchste Punkt hier? Oh, ach, hier ist Schluss. Ach, hei je. Hä? Da kann man sich nicht schon mal verschbringen. Eins? Haben wir nur zwei zu verteidigen, oder sehe ich gerade das letzte? Drei Koss. Drei Koss. Oben links siehst du doch immer die Anzahl der Koss. Oh, wo ist sie denn? Ach, da oben. Da hinten. Ah, okay. Oh, oh. Naja gut, das hätte besser laufen können. Folge dir mal. Ach, da geht es noch hoch. Ach, hei je. Äh, wie kommt man denn da hoch? Oh, hi. Hallo. Jetzt haben wir uns hier alle gestapelt. Ja, da ist so ein Päckchen da oben. Jetzt war mir völlig klar, dass ihr alle jetzt da drauf geiert. Ach, da. Oh, oh. Was ist das denn Ding? Oh, was für ein Ding? Da muss man hin. Oh, ich glaube, ich habe gerade ein Collectible aus dem Augenwinkel gesehen. Ich weiß noch nichts mehr, wo er war. Ach, nee, Quatsch. Ich sehe auch einen. Nee, das war, glaube ich, was du wahrscheinlich gesehen hast, war unten dieses... Nee, nee, doch, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Das ist hier. Über blau ist zum Beispiel eins. Ich verrate ihr nicht, wo es ist. Das kriegt nämlich die Kim. So. Ich sehe zwei. Ist ja schön, dass ihr so Busenfreunde seid hier. Aber wirklich, ey. Warum kriege ich das eigentlich? Also, ich meine nicht, dass ich mich beschweren würde, aber... Dann beschwer ich mich. Will auch was Schönes haben. Ah, oh. Aua. Weil sie immer nach den Dingern geiert und ihr findet sie eh nie. Ja, ja. Ich sehe die Schleimspur doch schon hinter dir. Ah, sie hat es eh schon. Wisst ihr, ich muss nicht mal was sagen. Also, ich bin raus aus der Nummer. So, einmal Batterie eingesetzt. Hättest du nie gesagt, dass es ein Collectible gäbe, dann wäre es ja gar nicht auf die Idee gekommen. Also, ich mach hier mal... Das weiß ich nicht. Nein, so ein Schockwellending mehr geht auch gar nicht. Schade. Also, ich hab bei, äh, rot unten erstmal so ein bisschen was aufgebaut. Ja, ich werd gleich bei grün, äh, bauen. Uh, Savage Hunters. Das sieht ja cool aus. Ich baue bei blau ein paar Klebedinger. Komm mal denn da hoch. Ach, ach, hey. Kann ich das jetzt bauen? Ja. Ich hab ne Sprungplattform gebaut. Mal sehen, wie du an... Wo die einen hinbringt. Wie du einen hinbringt, wollte ich fast sagen. Bringt ja sehr... Ist ja sehr sinnvoll, der Satz. Oh nein. Ich bin grad so blöd zu... Ach, hey, okay. Nein, fuck. Ich hab nix gebaut. Oh, das ist... Oh, so mies. Oh, wir haben ja standardmäßig Granatwerfer. Na, das kann ja heiter werden. Möchte ich kein Granatwerfer. Ne, dann guck ich mal, ob sie von da kommen. Oh, komm dir denn her. Wo seid ihr denn? Ah, die Soldaten. Ach, du Scheiße. Oh nein. Von oben? Links? Oh, da sitzt sie ja auch schon. Boah, die halten aber auch... Mehr als eine Granate auch noch aus. Ist ja unfassbar. Aber das Fump ist so geil. Fump? Ja. Das stimmt. Was? Du bist immer noch im Leben. Geh kaputt. Au. Ich bin runtergefallen. Das war's. Das ist halt nicht. Was? Was ist denn da los? Friss das. Genau. Dreckige Shift. Au. Hat er grad nachgeladen. Boom. Ach so, das bist ja du. Hab grad auf President Armed America geschossen. Du hast Amerika angegriffen. Das sollte man nicht tun, ne? Du weißt ja schon, ich muss dir Freiheit bringen. Pumpenform. Frieden schaffen mit mehr Waffen. Richtig. So, da kommt noch... Uiuiui, was ist denn mit dem? Das war eine Menge Geld. Der hat das, was Kim gerne hätte. Wer bist denn du hier? Der steht hier einfach so rum. Das war jetzt wirklich keiner von euch. Wird nicht. Wird nicht. Okay. Kann schon wieder nicht rumschalten. Warte mal. Ach, hier machen wir mal so ein Klebezeug hin, würde ich sagen. Das kostet doch nicht so viel, oder? Ja. Hier so als erste Bastion. Und dann dahinter so... Ich hab noch Maschinengewehr geschützt. Ja, da mach ich noch so eins hier hin, würde ich sagen, oder? Mach ich das woanders hin? Ne, das mach ich zum Kern hin. Oh. Hier hinten ist aber auch unge... Naja, vielleicht klappt's. Ich mach's hier hin. Wie sehen denn unsere Kerne aus? Hat schon jemand Batterien großartig gefunden? Ich hatte nur eine am Anfang gesehen. Ich hab eine in blau gemacht. Sehr schön. Das ist korrekt. Gibt ganz schön leer aus hier. So, darf ich bei grün noch was hinbauen, oder geh ich dann wieder rüffeln? Ich hab grad keinen Überblick. Ja, bau aber an die Wand bitte. Ich will vorne an der Reihe, will ich noch... Ich sammle grad für das geschützte Ding. Okay, du hast zwei Stachelfallen hinten. Äh... Oh. Ah, ich seh ein Collectible. Oh, ich auch, aber ich komm nicht hin. Das ist über der blauen Tonne da hinten, ne? Äh, ja, da war ich auch grad bei, um da ranzukommen. Hat nicht so gut funktioniert bisher. Hä? Meins ist hier in so einer Box drin. Ich weiß gar nicht, wie man rankommt. In so einer Box? Ah. Schwer zu beschreiben. Ich hab's schon oben gesehen, aber da war nicht genug... Au. Nicht genug Lücke. Okay, Minute haben wir noch. Ich probier's nochmal. Ähm. Passt. Hallo. Ey, ich bin zu dumm für das letzte Äggele hier. Guck mal da hoch. Soll denn das gehen? Von wo? Hier. Ach Gott, da kommen wir ganz einfach hin. Okay, hab's. Sehr schön. Das was ich meine auf jeden Fall noch nicht, weil das liegt hier immer noch hier oben. Ah. Da kommst du nur von der anderen Seite hin. Die Rohre, die über dir sind, da kannst du dann hinlaufen und dich runterspringen lassen. Äh, runterspringen lassen? Okay. Ja, runterspringen lassen. Ja. Man muss ja nicht immer alles selber machen. Man kann ja auch mal machen lassen. Eben. Genau. Diese Polizeisirene im Hintergrund. Wie. Wie. Mal wissen, wie man da hochkommt. So, ich bin wieder runter. Oh shit, das geht ja schon wieder los. Ich bin bei blau. Ja, ich renne zu grün. Ähm, ich komm mal runter. Komm mal runter, Peter. Ja, komm mal wieder runter. Ich bin bei rot. Ja, so in etwa. Gott liegen hier viele Geschütze rum. Ich unterstütze mal Daniel. Ach, da sind wieder die Kreisel unterwegs. Wie schön. Ja, aber sie bleiben schön im Kleber hängen. Ja, ne? Das haltet sich echt aus. Ich, äh, mach schon mal die Nachhut weg. Ja, oder Plopp-Dinge. Warte, wie viel sind denn das? Ach, du scheiße. Das ist nicht bequem. Ich schmeiße einfach nur Granaten drüber und dann macht's Plopp. Ah, einer ist durchgekommen. Wie kann denn sowas sein? Ja, das sind jede Menge. Die hüpfen da so rüber. Ach, die Kleberfallen sind Passé. Okay, schade. Oder? Ne, ne, die sind noch da. Die sind noch da. Vielleicht sprengen wir sie manchmal rüber mit unseren Waffen. Das kann sein, ja. Ungünstigerweise. Ah, einer macht hier vorne Stress. Okay. Man muss echt immer dran denken, ein bisschen hochzuhalten, ne, bei der Waffe. Ja, ja, ja. Die hat echt keine Reichweite, wenn du die halt genau dahin zielst, oder? Ja. Ach, jetzt kommen die Blobster, die können ja gar nichts. Abzügler. Da ist noch einer. Blobster, die bösen Zwingstbrüder von den Hipster. Was ist denn da? Ein Standbein. Kannst du mal zweites aufbauen? Da hat noch jemand irgendwas gebaut. Äh, ach, da hinten ist noch was. Machen wir doch wieder... Warte mal, ich baue hier wieder die, die, die Stachelfallen hin. Äh, 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 äh. Da hackt sie schon wieder was aus. Ich hab einen Laser gefunden. Äh, äh, du hast Laserverbot. Das weißt du doch. Das, äh, hab ich nicht mehr... Laserverbot. Ich lieg wie Stubenarrest. Ich hab eine Batterie gefunden. Ähm, grün. Grün. Wo ist denn grün? Da oben ist grün, okay. Jo. Grün bekommt eine Batterie rein. Wurzgewehr? Nee. Ähm, keiner braucht eine Kirsche. Schade, ich hab die gefunden. Oh. Ah, verdammt. Ah, nein, nein. Ach komm, jetzt fällt der da wieder runter. Blöd. Äh, äh, warum bleib ich denn hier hängen? Sag mal. Egal. Nur Fliegen ist Schöne. Also ich hab viel Kohle. Braucht noch irgendeine... Irgendein Chor was? Ich glaube nicht, nee. Oh, hier kann ich was brauchen. Oh, nee, das wird so weit. Hä? Ach nee, das ist gebaut. Nee, da ist ja wirklich alles voll hier. Okay. Wir sind einfach die Besten, ne? Das ist korrekt. Kann ja nur daran liegen. Oh. Was ich ein bisschen schade finde, ist, man kann die Flugbahn tatsächlich kaum beeinflussen, ne? Maschinengewehr? Da ist ein Maschinengewehr. Warum nicht da ein Maschin? Oh, ich hab ein Maschinengewehr. Rotflinte. Gewehr. Ich nehm mal so ein... Gewehr-O-Kling. Jetzt hab ich wieder die Taschenlampe aus Versehen mitgekauft. Naja, was soll's. Wenigstens mal ein Gewehr. Nicht immer nur dieser Granatwerfer. Okay. Vor allem der Effekt von der Taschenlampe ist, da steht drunter im Pink, plus eins Taschenlampe. Wow. Ich seh's grad nicht. Aber gut, warum nicht? Ja. Ja, wie kann man die einschalten? Wie kann man sie ausschalten? Ich hab sie immer automatisch. Ich will sie nicht unbedingt. Ich hab keine Ahnung. Hat sich schon mal jemand den Klassiker ausprobiert? F wie Flashlight? Nö. Ist es auch nicht. Nö. Ich seh's wieder bei blau. Ach, ich seh noch ne Batterie. Und es geht weiter. Alex? Okay, das war das falsche F. Was hat er gemacht? Chat Nachricht. Achso. Nee, bei mir hat es grad irgendwie rumgesponnen. Keine Ahnung was zu tun. Wollen wir mal gucken, was hier wieder kommt. Der creepy Centurion ist auch... Ah! Kommt da was? Da kommt was. Ich geh mal hier hoch. Die kommen doch alle wieder von oben, oder? Wow. Ja gut, Kim braucht keine Hilfe. Kim hat einen Laser. Kim braucht nie Hilfe. Kommt Zombies, aber die sind nicht voll voll. Okay, hier kommen wieder die... Oh Mann. Die Fallschirmjäger kommen. Oh! Ja, ich bin schon da. Ich mach's schon. Naja, ich mach mit, weil die halten mehr aus, als man denkt. Ich versuch mal, sie schon in der Luft zu erwischen. Oh, das ist auch nicht so leicht. Ich glaube, wenn man sie in der Luft erwischt, dann halten sie weniger aus. Oh, also ich glaub, das ist ganz gut, wenn wir hier zu zweit sind, Daniel. Das ist eine ganze Menge, ne? Ich würde ja nix sagen, aber eigentlich seid ihr ja zu dritt. Ach so, Entschuldigung. Ich schieße ja von oben auch noch rein. Das ist da oben, stimmt. Ja, okay. Oh, von hinten kommt noch was. Da kommen wieder die großen. Das war nur einer. So, frei, blau. Brauchst du Unterstützung? Äh, Sekunde. Nö. Obwohl ich gleich tot bin. Sag, wenn du tot bist, dann kriegst du auf jeden Fall Unterstützung. Ja, da bringt ne Kirsche. Kirsche, wo hab ich denn, hatte ich eine gesehen? Ich hatte eine gesehen, aber die ist hier hinten, wo wir so sind. Oh, hey, hey, hey. Wer macht da Ärger? Ich schieße die weggeblasen. Bei Feinde, da ist noch einer. Oh, da ist ein Panzer. Oh, Panzer, ja. Ah, oh shit. So, einer muss noch irgendwo... Ach so. Oh, die Kirsche hat sich gewandelt in ein Baukirchen. Hier ist eine Kirsche. Oh, warte. Ganz ans andere Ende praktisch. Okay. Steh direkt davor. Nehmst du dann, wenn du 10 Meter vor mir bist. Ja, mach das, kein Problem. Nein, komm her. Hallo. Ups. Ah, ja, schon viel besser. Vielen Dank. Ah, dass man hier überall so schwer hochkommt. Okay, bauen, bauen, bauen. Ach, da oben ist auch eine. Die nehme ich dann. Ja. Ich habe hier eine Batterie. Braucht die jemand? Und wo? Batterie braucht rot oder grün, ne? Ja, sieht gut aus. Dann bringe ich die mal zu grün. Das ist sehr nett. Da ist auch noch eine Batterie. Da kann man auch mal machen. Oh, da oben ist noch Bauzeug. Sagt mir, wenn man wo was bauen soll. Ich habe ganz viel. Ich habe über 1000. Ich rutsche immer wieder in diese Lücke rein. Das kann nicht wahr sein. Irgendwann hat der Lama-Lock ausgelöst. Hä? Jedes Mal funktioniert diese Sprungfeder anders. Ist doch ätzend. So, jetzt aber. Stopp. Darauf. Oh, was sehe ich denn da eigentlich? Ist das irgendeine Waffe? Wo denn? Was denn? Hier ganz weit oben. Oh, aber ich komme nicht hin. Oh, shit. Das ist so was. Das funkelt rot. Habe ich so noch nie gesehen. Könnte sein, dass das die Minigun ist. Ich habe hier vorne den oberen Aufsatz dafür. Die will ich auch mal haben. Ich will ihn diesmal nicht. Ich habe meinen Laser. Ja, ich will die Minigun. Aber ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Oh, scheiße. Warte. Was? Was? Was gibt es hier? Ah, jetzt weiß ich, wie ich hinkomme. Mann, geh doch mal da hoch. Wie ist denn da vorher hingekommen? Ich habe damit noch eins. Ach ja. Oh. Das ist schon ganz schöne Ackerei, diese Parcours-Einlagen hier, ne? Das ist korrekt. Oh ja, es ist die Minigun. Es ist die Minigun. Bei blau ist der obere. Der obere. Bitte leg mir was bereit. Bei blau. Wo ist denn blau? Da sind so die Kartons und da oben drauf. Unter dir. Unter mir? Unter dir. Direkt unter mir? Ja, weiter rechts. Hier so? Ne, warte mal. Ne, jetzt gegenüber. Ah, ja. Okay. Hier. Hier irgendwo? Nein, guck mal da hinten. Minigun-Oberteil. Warte mal. Ja, komm mal zu uns. Komm mal zu uns, da ist es. Da hinten. Ist nicht wahr, oder? Gibst du ihm das jetzt bitte wieder? Er braucht jetzt nur seine Minigun, sonst streut das Ding wie Sau. Die streut auch mit einem Aufsatz noch gut, aber nicht so stark. Okay, es geht weiter ab. Warte, warte. Ich höre UFOs. Dann kannst du es noch mal auswechseln mit dem, was auf dem Boden liegt. Oh, wir können übergeben. Wir können das übergeben, wenn wir gegenüberstehen. Warte mal, lass uns mal die Gegner machen. Machen wir die nächste Runde, ja? Ja, okay. Moment, ich hab sie ja. Achso, die streut. Okay. Ach, scheiße. Ich hab auch so eine MG-Dings und das passt bei mir auch ganz gut. Boah, die streut nicht nur, die verzieht wie wild. Ja. Das ist natürlich ungünstig. Aber die kann man kaum unten halten. Ja, du musst mit der Maus auch nicht gegensteuern. Das stimmt. Ja. Ufo? Ach, das sieht ihr wahrscheinlich wirklich nicht mehr, oder? Ja, ich seh's nicht. Ich würde jetzt ungern, weil ich die nicht beherrsche, auch noch krepieren und hinterher hab ich sie nicht mehr. Die liegt dann genau da, wo du gestorben bist. Das ist kein Problem. Ah, immerhin. Das ist ja gut. Hinten kommen wir das Soldaten. Ja, ich kämpfe hier grad gegen die ganzen Kreisel, dass sie nicht ganz so viel abkriegen. Boah, aber geil ist die, aber wirklich. Oh, das Ufo ist weg. Oh. Was für ein Kreisel-Desaster. Wo ist denn da? Ach, da ist immer noch ein Ufo. Oh, come on. Ich bin schon wieder. Ich glaub, ich wär die ganze Zeit von dem Ufo beschossen. Das ist ja voll unfair. Ich seh's nicht. Nee, grad eben ist es bei mir und schießt die ganze Zeit in mein Gesicht. Okay, ich hör's nicht mehr. Ich hör's wieder. Oh, da ist Reins. Ja, ich seh's. Oh, komm. Wie sich's immer wieder um mich rumdreht. Jetzt da. Oh, da ist eine Falle hops gegangen. Zwei Fallen. Okay. So, ähm. Also bei mir steht, wenn wir gegenüberstehen, dass man... Warte mal, ich hol mal oben. Da war doch, glaub ich, das andere Upgrade noch. Ich hol das andere noch. Und dann müsstest du ja genauerlich das eine wieder... Die Batterien sehen tatsächlich alle gut aus. Ich bleib hier unten bei Rot, ja? Äh, komm mal hier. Da liegt das... Da liegt dein... Dein Minigun-Oberteil. Da liegt noch ne Kirsche, wer braucht. Ich hab das... Was? Wo denn jetzt? Wo? Hier, wo wir grad eben waren. Ähm. Okay, warte. Hier, wo ich steh. Ach. Ich hab ne ganze Menge Geld. Soll ich damit irgendwas tun? Naja, okay. Und wo? Dankeschön. Äh, ich hab auch viel Geld. Also... Ihr könnt mal die, äh, Sachen hier reparieren. Okay. Die ganzen... Bei, bei Rot zum Beispiel, die ganzen Fallen sind alle so angedötzt. Ach, reparieren kann man's ja auch. Okay. Genau. Ich mach mal hier... Da, wo wir die Klebefalle-Dings aufgebaut haben, das ist auch alles ziemlich angedötzt. Also ne Kirsche, wenn die man braucht, ähm... Ne, braucht keiner keiner, ne? Tatsächlich keiner. Diese riesige Taschenlampe. Finde ich auch geil, die hier rumliegt, bei Rot. Guck mal denn. Taschenlampen sind halt toll. Hm. Eigentlich ist er auch nicht riesig, wir sind halt winzig. Also hier ist auch noch ne volle Batterie, die ich gefunden hab, aber es ist alles voll. Ich leg sie zu Rot runter. Äh, Rot hatte ich, glaub ich, schon mal ne volle hingelegt noch. Da müsste noch eine liegen. Ne, da liegt ne halb... Ne, ne drittel volle. Ich leg mal die volle daneben. Ja. Kann ja nicht schaden. Niemals. Cool, auch wie wir hier so einen Schatten haben, bei der Taschenlampe. Sehr schick. Ja, okay, wo kann man noch was bauen? Kann man überhaupt noch irgendwo was bauen? Nö. Ne, ne, wir haben so ziemlich alles voll. Es gibt, ähm, wenn du von Rot links weggehst, nach vorne, gibt's noch diese Panzerfallen und so weiter, die kann man noch aufstellen. Da ist aber auch alles. Ist da alles? Hier ist ne Aktienkirsche. Ja, es sieht mir so aus, als wenn hier wirklich alles voll ist. Das heißt, wir sind gut. Ja, irgendwie schon, ne? Hier oben ist noch ne Kirsche. Echt, wir können keine Kirschen mehr gebrauchen. Auch ein Stück Kirschen. Wir haben alles, alles an Fallen. Wir haben halt echt voll überbewertet. Luft für Loops. Ich suche eigentlich noch nach diesem Unterteil für Olli, aber ich sehe es einfach nirgends. Ach, da gibt's drei Teile insgesamt? Äh, ja. Oberteil, Unterteil und halt die Minigun an sich. Also, ich... Für die Waffen haben wir auch noch diese Schulterstützen-Dinger da, ne? Auch. Ach, ist das kompliziert. Hier ist auch schon alles. Hier könnte man noch was... Nee, hier können wir auch nix bauen. Okay, drei, zwei... Können nichts mehr bauen. Nee, das ist echt krass. Hier ist auch noch ne Kirsche, ja. Okay, dann bleib ich mal. Wo bleib ich denn dann mal? Ich bin wieder bei blau. Oh, Hanno. Ich bin wieder zu grünen. Ja, rot wieder. Business as usual. Verstehe ich schon. Und wenn ich das letzte Teil hätte, dann würde sie noch weniger verziehen wahrscheinlich, äh? Ja, und das ist sehr geil. Das hattest du schon? Ja, alle drei Teile. Aua, Pumbo. Alle drei zusammen. Ja. Da zitiert er schon wieder fleißig. Ja, aber kennt das heutzutage noch jemand? Ich weiß es gar nicht. Gerade? Irgendwie nicht? Ach so, ich werde von einem UFO beschossen und sehe ich schon wieder nicht. Das ist ja arschig. Das mit dem UFO ist echt irgendwie verpackt. Aua. Das ist ja übernatürlich. Warte mal, ich schieße mal drauf. Joa, verziehe ich noch mal ein bisschen. Ich sehe sogar, wo die Schüsse herkommen haben. Und man sieht das. Ey. Ich selbst nicht. Jetzt habe ich es, glaube ich. Ich habe es. Das ist gut. Das wäre das Nächste. Aua. Panzer. Oh, Panzer, da habe ich was. Äh, hinten. Olli, hinten bei uns sind noch ein paar Soldaten. Hinter uns. Okay. Bei Rot. Panzer down. Die Blobs. Ufo ist weg. Bade, dem Panzer hätte ich ja gerne auch noch ein bisschen was gegeben. Aber lieber, dass er weg ist. Oh, die Soldaten. Die Soldaten. Die Großen. Ich bin ein UFO. Mann. Okay. Also mit den UFOs müssen die noch mal irgendwie was regeln. Hier kommt ein Dicker. Ja, ich sehe es. Ja, stimmt. Ist ja schon die letzte Welle. Okay. Okay. Au. Dann muss ich irgendwie nach hinten kommen. Oh Gott, die Drohnen. Ach, nee. Super. Ich sehe leider nicht, weil der steht so im Dunkeln. Und im Dunkeln kann man gut mongeln. Fuck, fuck, fuck. Eieieiei, ich bin hier gerade unter Dauerbeschuss. Gehe nicht wo. Da ist bestimmt wieder ein UFO, ne? Bei mir irgendwo. Oh, ne? Ich bin hinter dem Dicken. Oh. Aber ich bin so gut wie tot. Ja, ich schieße mit drauf. Okay, wenn der hier jetzt rumkommt, bin ich tot. Ja, geh zurück, geh irgendwo hin, wo der getroffen wird. Wir schießen alle schon drauf. Das ist gut. Ich verstecke mich hier unter. So richtig, richtig feiglingshaft. Yes. Gut. Na, das war doch mal Astral in die Runde, oder? Der Tryhard. Oh, er ist ja cool. Olli, das wird doch was für dich. Dein Upgrade für dein eigentliches Monster. Warte, warte. Ich sehe erst mal noch den Charakter-Skin. Seid ihr schon weiter? Neues Waffenmaterial, Globik. Ah, den, ach, Tryhard, ja, den Triceratops. Oder was meint ihr? Mhm. Feuerfalle Plus. Ja, da hab ich. Platinauszeichnung. Alter Schwede. Haaa. War nicht nur schlecht. Na. Tada. Third try, würde ich sagen, ne? Sieht da hässlich aus, die Globik-Kanone da. Was findest du? Feuerfalle Plus. Ja, die sah irgendwie ein bisschen komisch aus. Na, Alex, da haben wir zu viel gezittert. Schlecht ist der genau, ich glaube. Naja, mit einem Granatwerfer, der so Pi mal Daumen nur zielbar ist, ist es immer schwierig auf langer Distanz, ne? Korrekt. Ja. Ach, Platin, nicht schlecht. Gut. Kim ist wieder ausschließlich geflogen. Ich fliege gerne. Und war auch Energiespender, ist doch schön. Yeah. Und Punch-Meister, auch wenn ich nicht weiß, warum. Nahkampf? Ich weiß nicht immer die Taste für den Nahkampf. Achso, naja. V. Ah, ja. V wie, äh, V wie Faustkampf. Genau. Ja, stimmt. So, wir sind fast alle im Menü. Ja. Ja, Sekunde. Sekunde, Sekunde. Ich hab das Gefühl, ihr klickt euch immer alle so schnell durch diese erhaltenen Extras durch, dass ich da immer der Letzte bin, aber dann bin ich doch nicht der Letzte im Menü. Ich bringe aber schon mal zurück zur Lobby, damit wir hier auch noch ein bisschen Zeit haben, äh, Tschüss zu sagen. Ja. Es war mir eine Freude, mit euch zu spielen. Wir sind am Ende der heutigen, ja, der heutigen Folgenreihe angekommen. Wir haben noch eine Karte, die wir noch freispielen müssen. Und, äh, ja, das machen wir dann bei Gelegenheit, wenn wir dann soweit sind. Darf ich mal was sagen? Ja. Ich bin ein weiter nach links gerutscht, ne? Ich verstehe immer nicht, wonach der uns hier sortiert in der Lobby. Bei mir bist du weg? Ich bin weg? Ja. Oh je, Mene. Okay, ich bin aus unserer Sicht jetzt bei mir der Zweite von rechts. Und du bist nach rechts außen gerutscht. Ja, aber bei mir ist bei Zweiter von rechts halt nix. Ach so, schade. Also Luft, vielleicht. Das sieht ja dann kacke aus in deiner Aufnahme. Ja, schade aber auch. Naja, was du nicht weißt, du bist schon gekriegt. Klar bist. Bitte? Genau, ja. Der Alex hat schon gesagt, du bist eigentlich gekickt, weil du hast einen Laser genommen ohne Erlaubnis von uns. Ja, ich glaube auch. Gut, ja, dann sind wir ja eigentlich fertig. Ihr, liebe Zuschauer, dürft mal gerne bei unseren Mitspielern hier alle in die Playlists reingucken. Beziehungsweise auf den Kanal gucken, besser gesagt. Die sind verlinkt in unseren Videobeschreibungen. Einmal beim Spielsatz Fail Olli. Und dann natürlich auch bei der Manari aka Akim. Und ja, dann sehen wir uns die Tage mit Sicherheit wieder, wenn es wieder heißt, Hypercharge unboxed oder auch ein anderes Spiel. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss. Tschüssi, Klauski. Es kam bei mir nicht durch. Scheiße, was ist denn da los? Ich sag die ganze Zeit, ja, bis da, tschüss. Und dann kommt aber nix. Also, tschüss. Ich hab jetzt auch nur heiße verstanden. Ach, Kacke. Ich hasse alles. Ich muss mir wirklich eine männliche Stimme zulegen, damit ja auch jedes Quäntchen davon durchkommt. Scheiß Discord. Oder kann man das einstellen? Kann man einstellen? Du hast wahrscheinlich die Spracherkennung zumindest einstellen. Kommt ihr jetzt mal zum Ende. Ich will hier irgendwann aufs Knöpfchen drücken, bitte. Ja, äh, tschüss. Bis dann.